So, willkommen zurück zu Arc Age. Wieder mit da, wo wir das letzte Mal waren, wieder hier am Strand. Und ja, wir haben ja jetzt gerade in den Auftrag mit Festimar zu reden oder in der Hauptquest mit Redis, Rides und so ähnlich, keine Ahnung. Aber egal, dann rufen wir mal unser Pferd. Ja genau, winken erstmal, wenn wir unser Pferd rufen wollen. Denn RedLogic, vor allem unser Pferd auch, unser Reiz hier. Dann reiten wir mal hier geradeaus drauf zu und ich sehe da gerade irgendwie ein Ausrufezeichen. Oh, Quest, Quest, Quest. Ah, da. Als ich noch klein war, hat mich mein Freund vor dem Ertrinken gerettet. Mir ging es gut, aber er hatte viel... Aber er hatte viel... Ihr seht schon, ich bin wieder topfit. Na gut, es ist Sonntag, aber egal. Als ich noch klein war, hat mein Freund mich vor dem Ertrinken gerettet. Mir ging es gut, aber er hatte zu viel Wasser geschluckt und musste wiederbelebt werden. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Ich hatte etwas nachgeforscht. Ich denke, dass ihn Tee aus Tropen-Schildkrötenhorn beruhigen und seinen Zustand allgemein verbessern würde. Ich fühle mich für ihn verantwortlich. Wenn ich nicht gewesen wäre, würde es ihm gut gehen. Die Schildkröten verstecken sich aber immer in ihren Panzern. Wenn ich ihnen zu nahe komme, bin ich nicht stark genug, um sie herauszuziehen. Ich habe gehört, dass du nach Arbeit suchst. Könntest du mir etwas Schildkrötenhorn von den Schildkröten am Strand besorgen? Ja, klar, doch. Mach ich doch gerne. Wie viele brauchen sie denn? Acht Stück. Gut. Alles nix gönner. Bam, alles kommt aufs Maul hier. Zack, immer schön draufhauen. Du wirst geknackt heute noch. Zack, wie gut ist. Aufsammeln. Und da haben wir schon mal eins von acht. Ich weiß, dass es sehr viel bringt, mit einem sauberen Nahkampf zu umzugehen. So lange es hilft, ist alles okay. Oh, wenn Schildkrötenhorn. Das ist ein einzig, wo wir eben laufen. Von Schildkröte zu Schildkröte. Und dann ledige dich. Der wird gerade schon behandelt. Ah, da ist ja eine. Die nächste. Bam, ich lasse mal ein Span. Warte mal, eigentlich kann ich ja mal tauschen. Was ich mal sage, ich nehme den mal. Gehe mal eins hoch. Und schiebe ihn dann mal. Nur kurz da reinlegen. Als Zwischenspeicher. Schiebe den dann da hin. Und lege. Den dann hier rauf. Schiebe den wieder da hin. Und tausche den mit. Dem hier. Dann schauen wir mal, wie der zauber so ist. Weil ich wechsle eigentlich im Kampf ja weniger durch. Habe ich den da nicht aufgesammelt? Habe ich. Glaub ich. Bin ich dann. Auch nicht war das schlimm. Gibt er genug. Bang! Hat Kombination. Bang und K.O. Noch mehr Schild kurz sammeln. Der wird schon verbrückt. Dann gehen wir zu dem. Draufhauen und weiter massakrieren und penetrieren. Oh, der Angriff ist nice. Schöner Kombiangriff. Weil der Zauber auch nicht mehr so arg viel bringt. Von dem dann nehmen wir einfach den und passt den schon. Dann nochmal Stun mitgeben. Oh, der ist cool. Oh, der ist cool da unten. Aber ich glaube, das kann man später lassen. Oh, ich bin schon. Wir haben schon sogar genug. Dann können wir zwei wieder zu. wir rennen warum man nicht rennen ich habe ja eigentlich kofinus dabei rennen wir mal warum sagt ihr mal pferd ist eigentlich eher so eine art säbel zahntiger vieh danke jetzt muss ich nur noch malen und aufpassen dass er täglich davon trinkt er wird bestimmt schon bald wieder sein ganz der alte sein es tut mir leid dass dass du das leben so vieler friedlicher kreaturen wenden muss das aber es ist ein guten zweck das verspreche ich ich kann bei meinem alten freund endlich meine seele manche meine schuld begleichen und sein leben retten so wie er mein so wie er einst das meine gerettet hat und dann aber auch geholfen haben zwei 2000 dp abgestaubt dann können wir mal gucken ob es eine quest gibt nee sieht nichts aus und dann rennen wir mal zu den hinten durch und wir haben gerade auf der seite woher passt schon irgendwie läuft a-gage bei mir nicht so ganz flüssig aus wenn grund auch immer erregel kein verdacht und warum auch da hat sich einer vor mich geschoben erregel kein verdacht ich bin inkognito hier ich beobachte das kommen und gehen des seevolkes und suche nach mustern meistens bleiben es also wollte mich verarschen ich träge andere leute weg meistens bleiben sie unter sich aber aus irgendeinem grund scheint jemand von ihnen da scheint ihn scheint jemand von ihnen da aber darauf aus zu sein gegenstände aus fracht im hafen zu entfernen es sind immer schmucksachen keine wer keine wertgegenstände glitzer zeugs und so weiter wir finden kisten von der küste treiben wir finden kisten von der küste treiben und es sieht so aus als ob sie vom docks gezerrt werden warum bewegt sie komisch wir wollen darauf hin wir wollen wirklich herausfinden was was sie tut warum warum ich warum diese eine seevolkfrau daran interessiert ist sachen zu stehlen ich habe ein plan ich dachte mir wir machen es wie ein köder etwas schön glänzendes eine kette zum beispiel und damit erregen wir dann ihre aufmerksamkeit zu bringen sie zur bestrafung normalerweise findet man findet man in diesem strand perlen entweder in muscheln oder an oder in den mägen der mehrere asseln die sie fressen soweit die soweit ich es beurteilen kann glänzen sie genug um interesse zu wecken kannst du etwas davon beschaffen während ich aufpasse natürlich das machen wir noch gerne fünf perlen stecken wir kurz ab vom koffi nuss und da ist ja schon eine zack die erste weiteren zur nächsten und die nächste ach ich habe eine hat sogar zwei gegeben das ist schon gar ganz gut und zu guter letzt ja reicht sehr gut dann schauen wir mal ob er für uns irgendwelche ob es jetzt hilft nein wollte ich nicht aber passt schon das ist ja großartig jetzt fädeln sie fädeln wir sie einfach auf fügen ein paar schmucksachen hinzu perfekt jetzt lassen wir dann das einfach in wassernähe liegen dann taucht die seevolk die bin bestimmt auf sie wirkt sie wirkt ziemlich stark also solltest du die gefangenen übernehmen ich habe ein netz das du benutzen kannst denk dran dass wir sie leben fangen wollen sobald du sie im netz das bringt sie her damit wir ein paar fragen stellen können die geschöpfe sind nämlich ziemlich intelligent sobald sobald und schlecht da ist seine seevolk die bin und immer her schaden machen und dann fangen wie like Pokémon! Wow! Nein! Sie ist getötet worden! Nein! Kurz Luft schnappen. Aua! Hallo! Luft schnappen! Dankeschön! Ja, jetzt noch mal ein bisschen Schaden machen. Zack, zack, zack. Oh, stopp, stopp! Warum ist sie getötet worden? Ja, warst du daran schuld, Kofinus? Mann, oh! Du mal da, wir müssen flöten, Kiebel. Zack, 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 zack. Netz benutzen. Ah, ich hab sie. Auch wenn das irgendwie komisch aussieht, sie so hinten gefangen auf dem Rücken zu haben, aber egal. Ja, kann ich. unser kleines Gepäck, unser kleines Gepäck an Seevolkdieben. Aber irgendwie, tragen. Ja, passt schon. Okay, interessant. Wie das so hinten festgeschnallt ist. So dieses halbschnelle Rennen. Interessant. Schön drei-, viermal gefesselt. Läuft doch. Hervorragend gemacht. Jetzt finden wir vielleicht heraus, warum sie es plötzlich auf die Schiffe abgesehen hat und wie wir dem ein Ende setzen können. Oben an der Straße, die vom Strandhof führt, befindet sich eine recht große Brauerei. Sie transportiert eine Menge Waren vom und zum Hafen. Einige ihrer Wertgegenstände wurden ebenfalls gestohlen. Ich halte sie durch Ich halte sie durch einen Mann namens Jupon über die Untersuchung auf dem Laufenden. Könntest du ihm mitteilen? Könntest du ihm mitteilen, dass wir die Schuldigen gefunden haben? Klar könnten wir das. Viel Spaß mir, dass du auch immer mit dieser Diebe machst. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Viel Spaß beim Verhör. Also dann mal hoch, hoch, noch weiter hoch, hoch. Hashtag Frame Drops. Wir haben jetzt gerade auf Roto Level 20 hier, wie gerade so etwas aussieht. Ah, wir können auch wieder rennen. Sehr gut. JEEHA! Sind wir inzwischen Taktaner geworden, oder warum schreich? JEEHA! Machen wir egal. Äh, deutschen Ausrufe zeigen Quest. Oh, Quest, 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 Quest. Oh, lass mich raten, die tägliche Quest der Priesterin. Und warum ist die kurz geschwebt? Ach, keine Ahnung. Blablabla, das lese ich gar nicht vor, weil es jedes Mal das Gleiche ist. Merkt hinter. Ja, schön. Aber hier ist nochmal irgendwo eine. Merkt hinter jedes Mal dieselbe Schinderei. Na gut, gib dp von dem her. Erledigen wir das Ganze einfach mal so, wie sie es vorgesehen haben. Irgendwo hier schon Ausrufe zeichnen. Oh. Sabi? Bei dir? Ja. Das romantische Badenleid, das ich jedenfalls gehört habe. Ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Egal.